Hey und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Vielen Dank fürs Einschalten und weiter geht's. Also wir haben den Turm erobert, suchen jetzt gerade noch die Gitarre und was unsere eigentliche Aufgabe ist ja eigentlich zu warten bis der Konvoi eintrifft von den Typen da hinten, damit wir den erobern können um damit die Brücke, ja um damit zur Brücke zu segeln, hin zu begeben. Die Sache ist nur so, wir haben noch Zeit bis der ankommt und wir dürfen bis dahin den Waggon suchen und anscheinend noch einen Teddybär und eine Gitarre suchen. So, machen wir, haben wir einen Medikit? Nein, dann heißt es mal wieder, Rucksack rausgeholt und Medikit herstellen. So, Medikit herstellen, oh, da war die falsche Tasse, wie schließe ich, wie schließe ich. Okay, so, und dann nehmen wir uns das direkt mal, nimm, so, direkt mal reingepackt. Ja, wo ist jetzt die Gitarre? Du bist nicht die Gitarre. Ja, ich such dann mal und sag euch Bescheid, wenn ich sie gefunden hab. Kollege, hast du ne Gitarre? Kollege, hast du ne Gitarre? Nicht sehr gesprächig, die Leute. Oh, hier haben wir noch ne Modifikation scheinbar und noch eine. Ui, ach nein, wir haben die Modifikation abgebaut und die zu Altmetall verarbeitet. Ach so, ähm, ähm, wär da unten ein Pool, okay, aber nein, ich werd nicht springen. So, hier war noch ne Tür, da sind wir letztens reingegangen noch, ich weiß. Aber vielleicht ist hier ja die Gitarre drin, ich hab sie nur noch nicht gesehen. Ach, ich hab, hier ist noch ne Leiter, die hab ich noch nicht gesehen. Ah, da wird dann die Gitarre oben sein. Vielleicht ist hier sogar noch ein Typ? Nein, aber hier wird die Gitarre sein, oder? Wenn nicht, dann... Ja, da hinten ist sie. Okay, weil ich hab unten, da hab ich schon alles abgesucht. Okay. Huch, Kerze aus. So. Haben wir noch ne Rekorder. Und noch ne Leiter, die wir hochgehen können, okay. Gitarre, nehmen wir mit. Mal gucken, ob wir kurz nen Funkspruch durch, äh, ob wir mal eben anfunken. Ja. Funktioniert auf jeden Fall nur. Alle Seiten sind noch dran. Das ist schon mal ziemlich wichtig. Licht an. Ja. Ne, machen wir aus. So, es geht noch höher. Uh. Oh, es geht noch ganz schön. Ne, ich glaub, das ist der höchste Punkt. Äh, okay. Einfach, ach, es ist schon Aussichtspunkt einfach. Ah, wir können jetzt da hinten hinrutschen. Warte mal, das bringt uns in Richtung des Teddybärs, ne? Ich rutsch auf jeden Fall. Ich rutsch auf jeden Fall. Na, dann los geht's. Angeschnallt und los. Ach, wir können sogar währenddessen schieben. Ja, okay. Na, guck mal. Wir haben sogar Beine. Warte mal, haben wir die ganze Zeit Beine? Man kennt das. Wer kennt es nicht? Man guckt runter. Wir haben Füße. Und man hat einfach keinen Körper manchmal. Da kann man runtergucken. Wir haben Körper. Aber ich liebe es jetzt schon. Obwohl, wir sind ja schon ziemlich weit. Da hinten ist auf jeden Fall wieder so einer von diesen Trolls. Von diesen... Oh, nein. Was ist das? Das ist gar... Hallo? Ih, was war das? Okay, da sind die Dinger. Aber die tun uns nichts, wenn wir an Land sind, anscheinend. Wir müssten jetzt hier rüber. Wenn es geht. Ja. Der Schalldämpfer auf jeden Fall. Warte mal. Ah, das Visier ist ein bisschen doof, ne? Ich wünschte, wir hätten ein anderes. Oh, ich muss direkt nachladen, ey. Ich wünschte, wir hätten ein anderes Visier. Ich no scope mal. Warte mal. Jetzt nahe Kampf. Okay, ich komm nicht dran. Ist er erledigt? Nein, immer noch nicht. Oder doch? Oh, du kleiner Mieser. Ah, ich muss wieder nachladen. Ich check das manchmal mit dem Nachladen. Okay, wir haben nur drei Schüsse, sehe ich gerade. Okay. Jetzt haben wir den aber. Hi, 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 hi. Okay, lad noch mal nach. Sehr gut. So, wir müssten jetzt da rüber. Okay, das sieht... Das sieht gut aus. Steck mal weg. So. Ah, da können wir auch schon sprinten. Ist auf jeden Fall noch so einer. Durchs Wasser können wir ja nicht. Deswegen müssen wir darüber. Ich habe ein bisschen... Ich mache auf jeden Fall Schallgelimpf, weil... Sonst kommen sie alle. Warte. Ah, bin ich doof. Jetzt kommen sie sowieso alle. Jetzt ist auch egal. Wir räumen auf. Ich hätte auch sneaken können. Was habt ihr, hä? Was ist los? Ja, das ist halt die One-Shot-Waffe, ne? Das ist jeder Schuss One-Shot. Deswegen wollte ich die haben. Und nicht Maschinengewehr. Maschinengewehr verschwendet so viel Munition. Hat dafür selbst auch eine Menge, aber... Zack. Warte. Kriegst du noch eine drauf? Krieg ich Schaden? Warte, hinter mir ist noch einer. Ah, Mist. Ich hätte näher rangehen müssen. Ja. So... Was bist du denn für einer? Okay. Der ist auch ein bisschen kräftiger gebaut, ehrlich gesagt, als die anderen. Jetzt hört mir auf. Meine Munition. Oh nein. Der müsste One-Shot sein. Ja. Okay. Leute. Nee. Geht mir weg. M. Wir gucken mal eben. Wir müssen hier rüber. Boah, ist das... Das ist da hinten. In der Pampa. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rüber laufen kann. Weiß ich gar nicht. Oh. Kann ich hier rüber laufen? Was ist das? Achso, das ist ein... Oh. Kann ich hier rüber laufen? Ich kann anscheinend rüber laufen. Ich weiß nicht. Hier können wir auf jeden Fall lang. Ja. Alles... Ich müsste jetzt da hinten hin. Wenn hier ein Boot wäre, wäre das gar kein Ding. Wir hatten am Anfang, da haben wir ein Boot. Das sollten wir, glaube ich, nutzen. Um solche Strecken in Nieder... Oh. Sieht ihr nur an, was der Kettfisch angeschleppt hat? Oh. Kommen wir gleich nochmal zu. Ein Ketzer. Was für ein Ketzer? Na sowas. Guten Tag. Er richtet sein satanisches Licht nicht auf uns. Und seine Waffe steckt auch im Holster. Hehe. Auch wenn er ein Ketzer ist, ist er wohl noch ein Mensch. Und vernünftig. Ja. Da ist seine Seele noch nicht ganz verloren. Nee. Also sicher war auch so. Wunschdenken. Haben diese Ketzer überhaupt einen Skill? Zieh dir seine Rüstung an. Krass. Sie ist ein Werk Satans. Wow. Okay. Ich wünschte allerdings, unsere Paladine hätten auch so etwas. Unsere Paladine. Ich lasse die beiden mal da weiter alleine. Also. Die sind ja eh nur am meckern und am diskutieren. Da ist ein Boot. Das kommt ja wie gerufen. Hier haben wir wahrscheinlich eine Werkbank drin. Das kommt auch wie gerufen. Ja. Eine Werkbank. Und was zum Schlafen. Oh. Ah. Materialien. Ich würde mir ganz gerne nämlich Munition craften. Was ist das hier? Achso. Schlafen nochmal. Ist ein bisschen dunkel geworden, ne? Aber ist nicht schlimm. Ist auch interessant. So. Wir gehen mal hier hin. Und machen mal eben Munition. Okay. Wir haben hier noch einen besseren Lauf für unsere Schrot. Zack. Das ist doch mal jetzt ein dickes Ding. Macht mehr Schaden. Genauigkeit erhöht und Magazin erhöht. Was? Magazin erhöht? Okay. Dafür ist die Stabilität etwas runtergegangen. Aber finde ich nicht schlecht. Ist ein guter Austausch. Und nochmal dieses Reflex. Oh. Ich sollte auch auf annehmen klicken. Ja. Und kein Gerät. Oh. Warte mal. Weniger Geräte. Weniger Probleme. Und was ist, wenn ich ein Gerät mache? Roter Laser. Hergestellt aus einem billigen Laserpointer, der stark verändert wurde, um die Leistung auf Kosten der Zuverlässigkeit zu erhöhen. Montieren. Es gab sogar eine Errungenschaft. Cool. Hier haben wir auch nochmal was. Ui. Da tun wir dran. Sieht zwar nicht schön aus, aber ist besser. Und nochmal ein besserer Schalldämpfer. Ja. Ne, ist ein Lauf. Ach so. Schalldämpfer ist weg dann. Oh. Ne, den Schalldämpfer behalte ich. Das ist so ein kleines Pflichtding. Zumindest bei einer Waffe. Jetzt habe ich mir leider zu viel Pistolmunition gemacht. Ja, jetzt haben wir Pistolmunition haben wir jetzt eine ordentliche Menge. Schrot eher weniger. Aber aus Versehen ein bisschen zu viel für die Pistole ausgegeben. Aber okay. Dann machen wir es Niki-Piki mit Schalldämpfer. Ach guckt mal. Ach guck mal. Jetzt kann ich sogar ein bisschen Nose kommen. Ach das ist gut. Hätte ich gern für die Schrot auch. So das Boot. Das Boot. Und das war für die Schrot. Ach so. Perfekt. Ja klar. Perfektor. Bei den Dik- Oh shit. Wir warten. Okay. Wir schlafen erstmal eine Runde. Wir schlafen bis wir tags haben. Gute Nacht. Das war ja echt ein traumhafter Schlaf. Uiuiuiui. Ich hab geträumt. Ich hab unendliche Munition und ne um ehrlich zu sein hab ich mich zu OP gefühlt. Was ja. Guten Morgen wünsche ich allen. Schrot ausrüsten. Genau. Weil wenn die Dinger hier kommen, dann benutze ich nicht das schallgedämpfte Ding. So jetzt holen wir uns den Teddybären. So jetzt holen wir uns den Teddybären. Warum auch nicht. Ich hör schon jemanden knurren ey. Ich hör schon jemanden knurren. Lasst mich in Ruhe. Da hinten ist auch so ein Vieh. Wir müssen glaube ich da hinten hin. Ich guck mal ganz kurz druck. Jetzt einfach geradeaus. Wenn es geht rechts abbiegen. Dann einfach weiter zur nächsten Insel. Dann brauchen wir nicht zu Fuß weiter. Lass mich in Ruhe. So jetzt volle Möhre. Bleib weg. Ich hab ein bisschen. Ich mein über Wasser ist gut. Da haben wir im Land nicht die Gegner. Die Gefahr. Aber im Wasser ist leider auch Gefahr. Wir sind ziemlich lahmarschig unterwegs. Okay so wie es aussieht können wir hier gar nicht durch. Ist alles blockiert. Gut. Ist glaube ich mit Absicht so. Damit wir da nicht lang dürfen. Einfach. Okay. Ja gut. Dann gehen wir jetzt an Land. So. Schön langsam. Damit wir auch mal wieder. Genau. Sonst haben wir das Ding nachher auf Land gefahren. Dann haben wir auch noch ein Problem. Jetzt müssen wir aufpassen. Erstmal Schall gedämpft. Wer weiß was wir begegnen. Warum ändert sich die Musik so heftig? Wir haben tags. Uh. Uh. Was ist mit der Musik? Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch ein Stück. ein Stückchen am Rand laufen. Oh. Menschen. Oh. Ich bin hier irgendwo in einem Gebiet mit Menschen. Wir speichern mal schnell. Schnell Speicher. Oh. Licht ist aus bei mir ne. Licht ist aus. Aber eher ist es hell. Okay. Hier kann ich laufen. Hier ist alles schön. Ich will ja gar nichts von denen. Hier ist ja nichts. Hier ist ja nicht der Teddybär. Wer jetzt hier in der Teddybär würde ich alle erledigen. Nur für den Teddybär. Mist. Ich hab jetzt ein kleines Problem. Ah scheiße. Kann ich hier durch? Was ist das? Was ist mit meinem Puls? Oh. Was ist mit meinem Puls? Hä? Hä? Was war das? Okay. Wir müssen nämlich jetzt hier lang. Ja. Einfach. Einfach hier irgendwie. Wir müssen hier durch. Ich guck mal, dass wir hier irgendwelche Lücken finden. Hier ist auch gut. Ja, seid ruhig da hinten. Ich seh euch. So. Ich muss hier nur durch. Ich bin nur ein Reisender. Oh. Das sieht schön aus hier mit dem Gleis. Mit den Pfützen, dass die sich sogar bewegen. Oh. Hier haben sie eine kleine Barrika. Haben die gerade geschossen? Oh. Wir sind gleich da. Warte mal. Okay. Hier ist kein Alarm. Das ist kein Alarm. Okay. Oder. Huch. Da ist gerade irgendwas lang gehoppelt. Oh. Ein Häschen. Ich hoffe es ist ein Häschen. Bist du ein Häschen? Es ist ein Hase. Aber der sah irgendwie komisch aus, oder? Wir müssen hier jetzt lang. Da hinten soll der Teddybär sein. Da. Okay. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden. Ah. Hier müssten wir rüberkommen. Das ist alles. Oh. Scheiße. Oh. Die spotten einen von so weit weg. Haben die mich gesehen? Die haben mich nicht gesehen. Okay. Nein. Was habe ich geworfen? Ich habe eine Dose geworfen. Verdammt. Ich Idiot. Ich wollte sneaken. Ich hasse es auch. Dass Sneaken bei jedem Game anderswo ist. Ja. Die sind echt da hingelaufen. Scheiße. Ach. Die wollen mich. Okay. Let's go. Ey. Junge. Ich mache euch jetzt. Ich glaube ich muss nachladen. Ne. Musste ich nicht. Aber. Okay. Kommt her. So. Jetzt ist aber Schluss mit euch. Diesmal habe ich Munition. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Wechseln. Peng. Hierfür habe ich Muni. Peng. Ja. Oh. Oh. Doppelkill. Ah. Easy. Solange wir Munition haben ist ja alles gut. Medikit habe ich nicht. Nein. Okay. Mal eben gucken. Ich kann mir auch leider keins machen. Schade. Okay. Die geben leider keinen Loot. Da macht es mehr Spaß die Banditen oder so zu erledigen. Also diese ganzen Typen die wir uns abknallen wollen. Ja. Wir müssen echt da hinten hin. Die Schrot haben wir. Hallo. Sneaken. Schrot haben wir keine mehr. Was ist mit der Musik? Hallo? Krabbeltier? Hat der jetzt gespeichert? Jo. Tatsächlich. Ja. Da steht Speichervorgang. Der speichert gerade. Okay. Ah ja. Das ist das Symbol immer unten. Okay. Ich weiß nur nicht warum da immer 776 steht. Manchmal am Anfang. Wie du du du. Muss ich eine Gasmaske anziehen? Kann das sein? Hier ist auch so ein bisschen Grünzeug. Hallo Grünzeug. Ach. Die kann ich pflücken. Okay. Wo ist jetzt der Teddybär? Das ist jetzt unsere Aufgabe. Teddybär hat hohe Priorität. Hier in dem großen Ding. Aber dafür müssen wir hier hoch. Damit wir dann auf dem gelangen. Okay. Oh. Treppe. Hier gibt es viel von diesem Chemiezeug. Chemiezeug. Oh. Da oben läuft was rum. Da oben läuft was rum. Ah. Der hat was. Chemiezeug. Okay. Das ist auch gut für Medikids. Darum läuft auf jeden Fall. Habe ich die Schrot ausgerüstet? Nein. Okay. Will ich ja auch gar nicht. Gott. Will ich auch gar nicht. Die Schrot. Weil ich keine Mund dafür habe. So schön aufpassen. Hier ist nämlich einer. Ich sehe den nur nicht. Hä? Da. Oh Gott. Das ist ein Fliegender. Oh. Da. Warte. Das nutze ich aus. Der steckt da. Ladehemmung. Oder nachladen? Nachladen. Ich habe nur drei Schuss. Warte. Ich treffe den. Ich weiß, dass die Dinger richtig stark sind eigentlich. Aber der steckt da drin fest. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er haut ab. Er will wieder. Jo. Ich krieg dich. Mal. Ich treffe aber auch nicht. Ist aber auch doof. Oh. Jetzt habe ich gegen das Ding geschossen. Hat man sogar gehört. Ich habe gegen das Teil geschossen. Alter. Ich habe nur noch einen neuen Schuss. Alles verballert für den Typen hier. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh. Ja Mann. Okay. Wir haben ihn besiegt. Oh. Das freut mich. So. Meine Belohnung. Ein Teddybär. Und bitte ganz viel Munition. Oder zumindest ein Werkzeug. Damit ich mir Munition herstellen kann. Gib mir mehr. Gib mir mehr Werkzeug. Nein. Ich will kein Feuer anmachen. Ich will kein Feuer anmachen. Egal. Feuer ist an. Oh. Okay. 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 Wo ist jetzt der Teddybär? Hier können wir jetzt runter wieder. Aber das möchte ich ja gar nicht. Wir haben es ja gerade hier hoch geschafft. Oh. Denken. Modifikation. Zwei Modifikationen bekommen. Und Ressourcen. Ressourcen. Machen wir wieder auf. Aus meine ich. So. Der hat doch sicher hier den. Da ist er. Der hat den echt gebunkert. Ey. Der liegt genau an seinem Nest. Der Teddybär. Noch ein bisschen staubig. Was hat der mit dir gemacht? Da war mal Teddy ey. Der hat hier echt ein Nest gebaut. So. Ich sage. Wir haben hier den Teddy geholt. Ah. Hier haben wir noch jemanden. Dankeschön. Oh. Munition für den Revolver. Okay. Das ist gut. Der hat ja echt Muni für den Revolver dabei. So. Wollt ihr was wir jetzt machen? Wir gehen zurück. Wir gehen komplett zurück. Nochmal zu dem. Zu dem Zug. Zu der Lok. So. Let's go. Ich glaube dafür benutzen wir wieder das Boot. Ich bin mal gespannt wo wir hier auskommen. Okay. Alle hopp. Ich glaube wenn jetzt großartig nichts passiert. Skippe ich erstmal. Bis wir zum Boot sind. Einmal durch. Mal gucken. So. Aufs Boot habe ich es schon mal geschafft. Keine Probleme. Jetzt wollen wir mal bis dahin paddeln. Es zumindest versuchen. Laut dem Weg müsste das klappen. Also laut der Karte. Oh. Da hinten ist dieses große Ding. Da hinten ist dieses große Ding. Das sollten wir definitiv nicht begegnen. Ich glaube da können wir noch nichtmals gegen kämpfen. Ich meine. Aber dafür sieht man es. Wenn man da echt so. So. So doof ist. Und dann. Dagegen brettert. Dann ist man glaube ich als Strafe. Direkt hops. Da ist nochmal so ein Ding. Aber wie viele sind denn davon? Jetzt immer. Die. Die Lenkung hier ist so komisch manchmal. Okay. Ganz vorsichtig. Ich will das Ding wirklich nicht triggern. Oh. Wirklich nicht. Bleib bloß weg von mir. Oh. Die zwei Herren. Die sind weg. Die wurden sicher aufgegessen. Oh. Oh. Der kommt da runter. Oh. Okay. Jetzt scheint uns aber nicht. Da ist noch einer. Wir sind jetzt in dem Gebiet. Wo wir eigentlich fast da sind. Oh. Ey. Der hat auf mich gespuckt. Ich glaube das hat vorhin schon einmal einer versucht. Da bin ich einfach weiter gefahren. Okay. Funktioniert. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Uh. Teddybär und Gitarre. Werden gleich überliefert. Halt durch. Kleine. Und großer. So. Wir sind da. So was wie DAL und so. Tut mir ja richtig leid. Bei so einem Zeitalter. Die haben ja richtig Probleme da mit dem Liefern. So. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja. Da oben. Ja. Perfekto. So neue die Gitarre. Und Ding. Ja. Hi. Alles gut. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Direkt wieder Party hier. Ich komme an. Direkt wollen sie Party schmeißen. Ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt. Dass du mich aus diesem... Oh. Sie will sich für uns... Äh. Sie will uns bedanken. Wir geben jetzt den Teddybären ab. Hey. Möchtest du... Hä? Den Teddybären. Können wir den nicht abgeben? Hi. Hä? So. Ich habe gerade mal nachgeforscht. Und anscheinend brauchen wir diesen Bären und die Gitarre einfach nur finden. Ja. Und sobald wir die beiden Sachen haben, haben wir ein Archivwind bekommen. Habe auch nachgeguckt, haben wir bekommen. Und damit ist die Sache tatsächlich gegessen. Ich hatte jetzt gedacht, wir können sie vielleicht noch abgeben. Aber anscheinend haben wir das automatisch... Hä? Anscheinend haben wir das einfach automatisch gemacht. Oh. Da sind Häschen drin. Oh. Ich weiß, was mit den Häschen passiert. Und an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs dabei gewesen sein. Und bis zum nächsten Part von Metro Exodus. Bye, bye. Und ciao. 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 Ciao.